Ist jetzt Verbot. Wir halten nicht mehr an, bis zum Ende vom Stream. Ich hoffe, ihr habt euch richtig entschieden. Ich hab noch ein paar Nüsschen geholt. Oh Leute, Walnüsse, voll geil. Was ist eigentlich Nussranking? Wann machen wir Nussranking? Was sind die besten Mandeln? Ist halt S-Tier. Gibt's das? Warte mal, gibt's so... Nut-Tier-List? Tastiest Nut-Tier-List, Community-Ranking. Oh. Oh, yeah, baby. Yeah, baby. Warte mal, was zum Teufel? Was soll das eigentlich? Ich müsste näher... Warte mal. Was haben wir hier eigentlich? Okay, Cashews, Haselnüsse. Warte zum Teufel... Ich bin unkultiviert. Was ist das? Das ist wie geriebener Parmesan. Oder irgendwie Kokos oder so. Das war's mit Game 2. Ne, das kommt noch. Aber ich bin grad beim Nusstema. Ich wollte einfach nochmal grad... Ich hätte live on stream ja nicht direkt mit Tastiest Nut-Liste gedrückt. Doch, doch, das ist vollkommen okay. Das ist vollkommen okay. Raphael oder sogar echte Nüsse. Das sieht aus wie Kastanien. Sind Kastanien... Ich weiß gar nicht. Sind Kastanien Nüsse? Ist Müsli Suppe? Ich hab keine Ahnung, was das ist. Steht das irgendwie mit dabei? Ich hab keine Ahnung, was... Ich hab keine Ahnung, was das ist. Das sieht aus wie Kastanien. Das... Ich hab no idea, was die beiden Sachen sind. Maronia. Bin ich nicht so der Fan von, tatsächlich. Vor allem, weil die halt einfach... Die sind ja... Die sind ja vor allem dafür da, dass du halt eher dann... Ähm... Dann kochst oder so, aber... Ich hab... Ich weiß wirklich nicht, was das... Also, außer... Das... Oder soll das einfach wirklich Kokosnuss sein? Und das sind halt wirklich... Das ist einfach Kokos gerieben. Und das soll irgendwie Kokos sein. Aber ich weiß immer noch nicht, was das ist. Ist einfach auch so... Ist das irgendwie Salz da dran oder so? Keine Ahnung. Ich mach einfach... Ich weiß nicht, wir machen einfach... Kenn ich nicht S. Wenn das... Äh, F. Wenn ich das... Wenn das Kokos ist, dann ist es sowieso F. Dann ist es sowieso F. Das ist E, weil ich die irgendwie erst kochen muss oder so, damit die irgendwie gut sind. Mandeln, Easy-Ess-Tier. Warte, wir machen mal hier ein bisschen raus. Mandeln ist Easy-Ess-Tier. Mandeln ist einfach... Mandeln ist Easy-Ess-Tier. Ich könnte... Ich könnte wirklich so einen kompletten... So einen kompletten Kilo... Kilo Mandeln könnte ich irgendwie essen. Dass es so Erdniss ist zum Beispiel... Auch die Sache. Weil das ist so... Gesalzene Erdnüsse... Weißt du... Gesalzene Erdnüsse sind halt echt so... Sind halt echt Estier. Normale Nüsse... Kommt drauf an. Weißt du, wenn ich Bock drauf habe... Weißt du, wenn das so Weihnachtszeit ist... Und ich bin so... Ja, richtig in der Laune dafür... Dann hab ich Bock auf die... Aus den Schalen rauszupiddeln. Und dann gehört das so zu der Erfahrung dazu. Das ist genauso wie eben auch so Wallnüsse... Dann aufmachen. Mit dem Nussknacker und irgendwie. Deswegen... Ich sag jetzt einfach mal... Ich würde jetzt mal einfach sagen für... Ich mach jetzt mal A. Weil... Gesalzen wäre ein Estier oder so. Je nachdem wie sie so geröstet oder sonst was sind. Dann find ich das nicht so geil. Nee, Haselnüsse eigentlich auch hat hier... Das ist eigentlich auch... Cashews ist so... Cashews find ich halt relativ langweilig. Ich weiß nicht, warum du für eine Nussliste überhaupt... A, S, A, B, C, D, E, F haben musst. Bei den paar Sachen. Da hätte es, glaub ich, ehrlich gesagt bis... Bis irgendwie... Bis D oder so gereicht. Das ist vollkommen okay. So, Wallnüsse muss ich sagen. Ich find Wallnüsse voll geil. Aber von Wallnüssen, find ich, kann man nicht so viel essen. Kann man nicht so viel essen. Vor allem, weil die so... Das ist das Gefühl, der Mund irgendwann so ein bisschen... Trockener irgendwie ist. Ähm... Aber wenn du sie halt mit dem Nussknacker machst, ist das teilweise auch ganz geil. Aber ich mach jetzt einfach mal ein B rein. Äh... Ach, die sind halt voll geil. Aber ehrlich gesagt will ich davon nicht so viel essen. Das ist halt nichts, was... Das ist halt... Ich hab die halt in Keksen oder so voll gerne. Aber ich... Das ist nichts, was ich so wegsnacken würde. Weißt du? Das ist so... Das ist mehr... Das ist mehr so in andern anderen Sachen. Wär's dann geil. Okay, Pistazen sind natürlich... Das ist halt auch so die Frage. Das ist halt auch so die Frage. Aber ich glaub, ich würd's eher A machen. Ja, hier C ist relativ langweilig. Ich glaub, das wär so spontan meine Nuss-Tier-Liste. Wobei ich immer noch nicht weiß, was das hier ist. Ich gehe davon aus, dass das irgendwie Kokos oder so ist. Und dann wär's sowieso F. Deswegen... Nee, deswegen Cash... Zum Beispiel deswegen... Ich find halt Studentenfutter immer so scheiße. Weil Studentenfutter zur Hälfte sowieso aus Rosinen besteht. Wo ich mir so... Ich will Nüsse haben. Wenn ich Rosinen haben will, dann kaufe ich mir Rosinen. Das hat mit einer Nuss-Mixtur überhaupt nichts... Weg damit. Weg damit Dreck. Sind einfach nur drin, weil die günstiger sind. Und deswegen ist das Ding dann halt gefüllt mit irgendwie... Äh... Mit Rosinen. Und dann bist du in so einem Studenten-Mix drin. Und dann ist irgendwie von allen Nüssen gefühlt die Hälfte oder ein Drittel sind Cashews. Die, die am wenigsten Geschmack haben, relativ langweilig sind. Irgendwie auch find ich viel zu weich oder so. Keine Ahnung. Bin ich einfach kein Fan von. Und der Rest ist dann einfach so ein bisschen blöd verteilt. Alter, Mandeln ist einfach... Mandeln sind unschlagbar. Mandeln sind einfach... Das ist das Beste überhaupt. Wer auch immer da zuständig ist, für Mandeln. Wer auch immer sich gerade hat, wir brauchen noch eine weitere Nuss. Und wir machen jetzt einfach die beste Nuss. Oh. Die einzigen Nuts, die ich mag, sind die aus dem... Hahaha. Ja, die kannst du aber nicht so gut wegsnacken. Das ist das Problem. Pistazien sind auch geil. Aber ich find die... Das ist halt immer so, wie ich da Bock drauf habe. Das ist halt genau wie bei den Erdnüssen oder so, wenn die in der Verpackung drin sind. Aber gesalzene Erdnüsse... Also wenn ich gesalzene Erdnüsse drin hätte, das wär easy S-Tier. Easy S-Tier. Aber Nüsse sind schon geil. Nüsse sind schon geil. Weißt du, dann ist es immer so... Weißt du, oh, Nüsse so voll gesund. Ja, und dann ess ich aber ein Kilo Nüsse oder so. Und dann ist es wieder... Ja, Björn, das war jetzt aber zu viel. Ja, was denn jetzt? Was denn? Nein. Oh, das ist super Essen. Das ist gesund. Das sind gesunde Fette. Aber... Aber... Oh, nee, Björn. Jetzt hast du wieder ein halbes Kilo Mandeln oder so in dich rein. Das geht zu weit. Nein, nein, nein. Das musst du reduzieren. Das ist ganz schlimm. Das ist ganz schlimm. Wenn ich wirklich so eine... Ich muss mir... Ich darf mir immer nur so eine Handvoll an Nüssen irgendwie mitnehmen. Weil wenn ich mir eine komplette Packung Mandeln hier zum Arbeiten an meinen Schreibtisch stellen würde... Die ist nach einer Stunde leer. Das ist nach einer Stunde einfach leer. Und dafür ist es A, einfach zu viele Kalorien und B, einfach zu teuer. So, Inflation trifft uns alle und ganz besondere meine Nüsse. Und das lasse ich jetzt so stehen, diesen Satz. Ja, gesalz... Ich finde normale Mandeln sind besser. Gesalzene Erdnüsse sind geil, aber ich finde gesalzene Mandeln machen es nicht besser. Das ist so ein lateraler Sprung zur Seite. So, gesalzene Mandeln ist so... Ja, finde ich auch geil. Aber macht es irgendwie nicht besser. Aber Erdnüsse... Wenn die zu gesalzene Erdnüsse... Das ist die ultimative Form. Gesalzene Erdnüsse ist die beste Erdnussform. Ja, einfach unverständlich, wie viele Kalorien Nüsse haben. Finde ich unfair. Ich wünschte einfach, ich könnte so ohne... Einfach ohne Repercussions... So einen Sack Mandeln einfach essen. Ja, oder mache ich eine Dose Erdnüsse auf. Aber die Sache ist halt, wenn du halt vor allem eine Dose Erdnüsse aufmachst, dann hast du wesentlich mehr Salz-Intake. Wo dann die Pizza auf jeden Fall noch besser wäre tatsächlich. Also je nachdem, was da halt drauf ist. Aber ja. Gucken wir uns jetzt mal an. So Leute, genug Genust. Genug Genust. Ihr dürft gerne weiter nutzen bei meinen Streams. Das ist euch erlaubt. Ich kann euch sowieso nicht davon abhalten. Ich kann euch nicht davon abhalten...